Und er lebt noch! Wie lange war das? Sieben Minuten. Sieben Minuten? Das ist krass, wie machst du das bloß? Keine Ahnung, ich bin einfach gerne im Wasser. Es gibt zwölf olympische Götter. Die großen drei sind die Brüder Zeus, Poseidon und Hades. Die Kinder dieser Götter waren halb Mensch, halb Gott. Percy Jackson, wir müssen uns unterhalten. Du kannst mich nicht täuschen! Miss Darts? Sie haben ihn gefunden. Moment, wer hat mich gefunden? Wir haben dich erwartet. Alle Halbgötter haben besondere Fähigkeiten. Folge deinen Instinkten. Nimm das, um dich zu verteidigen. Das ist eine nützliche Waffe. Das ist ein Stift. Benutze ihn nur in Momenten größter Gefahr. Das ist ein Stift? Hör auf! Boah! Percy Jackson, Diebe im Olymp. Na komm, riskiere einen Blick. Demnächst im Kino. Demnächst im Kino. Boah! Vielen Dank.